Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das DAX-Analyse für Mittwoch, den 18.10.2023 und ja, unser DAX wird schon fast regelrecht schwindelig, sich hier festzuhalten auf seinem Ast. Wir hatten gestern schon festgestellt, dass es ein bisschen uneinig war. Ja, also auf Tagesebene, auch Stundenebene hat der DAX das sehr schön aufgedreht, auch dieses, wie hatten wir das beschrieben, dieses sanfte Auskonten halt. Also, dass ja die rute Kerze erst so langsam anfängt aufzubereiten, sich dann zum Dienstag höher stellt und dann im weiteren Verlauf hier tatsächlich nochmal ein bisschen dieser Channel-Karte hochgeht. Das war ja diese Grundidee, mit der wir eigentlich in die Woche so ein bisschen reingegangen sind. Wenn er eben jetzt auf diesem Freitag erstmal mit Gegenbewegung reagiert. Dann hat man gesagt, ist es aber einfach untergeordnet, ultra hässlich, wie er steigt, ne, vom Tief her. Und hatten gesagt, also gerade auch so auf den kleineren Zeiteinheiten sah die Bewegung schon fast eher als Flagge aus. Deswegen hatte ich gesagt, wenn der hier unter 1.80 drunter geht, würde ich mich eher nach unten orientieren, nochmal Richtung 100. Ähm, äh, äh, und dann fast davon ausgeht, dass er auch durchgeht. Und wenn man das jetzt alles so zusammenzieht, muss man schon sagen, dass er eigentlich schon ein bisschen düsslich unterwegs gewesen ist halt, ne. Also, ähm, ähm, auch das, schon das erste, also eigentlich finde ich den ganzen Tag so ein bisschen provokant, äh, technisch gelaufen. Ja, wir sind erst hoch, haben hier einen schönen Stundenstoß drüber gesetzt. Eigentlich schon Long-Signal. Bewegungsreaktion, ging nach unten. Dann ist der unter die 1.80 drunter, wo man sagt, okay, gut, wir haben ja gesagt, unter 1.80 abruppen, geht jetzt nach unten. Hat aber direkt von dort erstmal wieder nach oben gegengearbeitet. Sich dann hier so runterfallen lassen, bis kurz vor die 100, wo man eigentlich schon fast sicher war, dass der auch unter die 100 noch drunter geht. Und auf einmal fängt er hier an, 1530 richtig schöne grüne Kerzen reinzustampfen. Dann wieder hier oben über das Hoch drüber, also das ist schon, ne, so, neues Tageshoch, neues Tagestief, neues Tagestief, neues Tagestief, neues Tagestief. Das sind immer so Kombinationen, das fällt halt all denen auf die Füße, denen halt seitwärts nicht so liegt, ne. Die sitzen dann irgendwo hier oben Long drin oder hier unten Short, wollten in die Bewegung rein, Position aufbauen, wurden dann überrumpelt von der Umkehr. Ja, das ist ja, das geht dann ganz vielen immer so, dass seitwärts ein bisschen schwieriger ist. Muss aber persönlich auch sagen, ähm, ich fand das jetzt auch nicht unbedingt so hübsch, ne. Also manchmal, manchmal ist es schön, wenn er so pendelt halt, ne. Wenn er schön die Bereiche anpendelt, mit denen man ja gerechnet hat, dann, dann, dann freut man sich manchmal, wenn er das 10 Mal macht, wenn man das 20 Mal macht. Aber in den Bereichen hätte ich es persönlich tatsächlich gar nicht mal großartig erwartet. Also, ähm, hier unten war es dann schon ein bisschen eindeutiger, ne. Hat man auch so in unseren Updates geschrieben, dass er, wenn er von hier unten jetzt wieder hochzieht, bestimmt noch mal so eine verlängerte Korrekturausdehnung macht, bis hoch in die 280. Aber selbst dafür ist es schon wieder zu, zu schnell, also, das ist schon ein bisschen unstimmig hier. Ich weiß nicht, ob es da an den Herbstferien liegt, dass der Umsatz zu gering sind oder was weiß ich. Ähm, aber es sieht unter der Haube irgendwie noch ein bisschen, ein bisschen aus, wer jetzt weiß dann nicht so richtig, was er will halt, ne. Also, er kommt hier nicht aus dem Pot, runter zu wie hoch zu nicht. Da sitzen bestimmt auch viele in den Shorts und sind nicht ganz so glücklich, dass er unten eben nicht richtig losfeuert. Ähm, auf der anderen Seite werden noch einige Long drin sitzen, die immer wieder kurz vor ihren Zielbereichen einen Weggedreht bekommen. Also, das lässt sich auf jeden Fall hier so rein aus der Chart-Situation heraus hervorlesen. Was machen wir jetzt aber für uns damit? Was, wie versuchen wir das jetzt für uns zu nutzen? Also, grundsätzlich können wir festhalten, wir sind ja recht dynamisch angezogen. Das heißt, unser DAX könnte ohne Probleme diese Bewegungswelle, die hier unten von 1521 angezogen hat, noch verlängern. Verlängern in die 340, 360 rein. Das ist eine interessante Zone, noch hier diese kleinen Tiefpunkte nochmal von unten anstoßen, bis sogar 420. Ich denke, das wäre auch zum Mittwoch durchaus schon realistisch. Gelingt ihm das? Sieht es natürlich im Tagesschart, dann teule ich danach aus, wie jetzt läuft die oben in den Bereich rein. Das muss man auch ganz klar so sagen halt, ne? Also, gelingt es ihm jetzt hier weiter Land gut zu machen und dass alle die Bereiche alle so stehen, ohne hier zu krepieren und richtig wegverprügelt zu werden? Es ist damit zu rechnen, dass der sich dann hier Stück für Stück bis hier oben hochkämpfen kann. Dann haust er wieder runter und da würde ich auch schon wieder kurze Leine spielen wollen und mir würde ehrlich gesagt sogar schon unterbieten von 220, 200 reichen. Würde ich davon ausgehen, dass wir nochmal an die Tiefe rangehen. Und dann, da wir jetzt schon zwei Hop hier stehen haben, auch davon ausgehen, dass er tiefer geht. Tiefer geht Richtung, na, 15.75 vielleicht, 15.000, 14.980, so als erste Anlaufstation am Mittwoch. Und sehen wir das, kriegen wir noch eine Verlängerung und können dann wahrscheinlich hier auch wieder Kästenspiele spielen, ja? Und können uns den dann hier wieder nach unten ziehen, ja? Das ist ja einfach unabstreitbar im Tags immer die letzten Wochen gern gespieltes Falten gewesen, ne? Das hat er, guck mal, wäre er sogar stand jetzt mit dem letzten Hochfasspunkt, Punktlandung auf 15.830. Muss aber es auch so annehmen halt, ne? Also, da sollte er jetzt auch nicht drüber großartig mehr rum, äh, na gut, dürfte es sogar, ne? Also, es wäre auch so legitim, ja, wenn er hier noch auf 4.20, 3.80 spielt, von dort Rohrkrepieren macht, wäre das auch noch okay. Ne, ich nehme zurück. Dafür muss er nicht direkt nach unten durchziehen. Das Potenzial, das hat er die ganze Zeit drin, ja? Und insbesondere eben deswegen, weil er halt hier zu langsam eben hochsteigt, ja? Also, vom Tief gemessen. Guck mal, ähm, die Bewegung, die er rund so zugemacht hat, zeitlich betrachtet, also über die Horizontalachse, und das jetzt hier dann abträgt, hat er ja gerade mal 38, nicht mal 50% erholt in der gleichen Zeit, die er jetzt für den Anstieg genutzt hat. Das ist das, was ich ja gestern schon gesagt habe, der steigt halt so hässlich. Ne, und von daher sollte man so ein Szenario durchaus noch im Hinterkopf behalten, wenn unser DAX hier weiter zur Schwäche neigt und nach unten tief so strickert. Und deswegen, so hatte ich es ja vorhin eingeleitet, würde ich die kurze Leine einfach hier weiterhin auch fahren. Und wenn er die nach unten umtritt, einfach auch mich eher nach unten orientieren. Und, ähm, wenn er das dann auskontakt, kann man ihn auch zügig auf Einstand sichern lassen, und er nimmt das nicht an. Dann verkrümelt man sich halt, guckt sich nochmal den nächsten Rücklauf in die nächstgrößere Zone an und probiert es vielleicht dann dort nochmal. Okay, also, das haben wir vor Augen, das wäre das Bewegungsrisiko auf der Unterseite, wenn er uns wegknüppelt. Und er sollte einfach sich hier drüber steigen. Ich würde mir nochmal angucken, die 340, 360, würde auch eine 380, eine 420 hier noch auf dem Radar haben. Das wäre noch so der legitime Bereich, um abzudrehen. Alles, was dann da höher geht, würde für mich eher auf ein neues Hoch hinauslaufen, auch insbesondere aus Sicht des DAX-Charts. Gut, ja, dann sind wir durch. Wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg, dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.